So, wir machen mal wieder weiter mit Donkey Kong Shit Trick Track Track Fuck Scheiße, bei diesem dummen Spiel, wo ich wahrscheinlich beim ersten Gegner schon draufgehe. Hm, daß ich hier drauf, ne? Du darfst auch gar nichts drauf. Natürlich daß ich, daß ich. Hier. Ja. Okay. Alles kein Problem, pass auf. Oh. Pass auf, kennt eigentlich Trin- äh, warte. Hallo! Hm, ja. Genüssig, werde ich mir einen Red Bull aufmachen. Nö, ist mir scheißegal. Lass ich die Leute halt jetzt, lass ich die Leute halt warten, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Red Bull. Hm, und Leute, was macht ihr so? Nico, wie war dein Tag? Ich, nö. Ich muss mich aber darauf verlassen, dass du länger als drei Sekunden lebst. Hu, 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 hu. Huuuuhuuui! Donkey Kong, doch nicht durch! Nein! Du musst springen, du musst springen, du musst springen! Genau! Cool! Krass! Freie Gegner in Folge! TOT! Ich hab ihn geni- So! Okay, jetzt ist genug mit lustig! Jetzt wird hier... Drittmal ist er nicht mehr lustig, wenn du gleich stirbst! Riskiest dich! Fuck! Fuck! ... 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 Ja, du hast mich schon nicht entdeutscht, das war schon coole Kacke, so. Oh. Neki, Neki, Neki. Ja, wieso wird die Plattform mal schneller und mal langsamer? Achso, ich dachte, ich müsste da hoch. Ich gehe übernehmen sie. Boah, wie soll man denn da dran? Komm bitte. Achso, ich weiß wie. Aha. Von da oben, ne? Ja. What the fuck? Dieses Lied, er gibt keinen Sinn. Sollen wir mal abaschen? Stopp! Boah, wenn mir jetzt die Asche runterfällt, mir ist die Asche runtergefallen. Und ich bin auch noch tot, beides, genau. Hm. Und du bist auch tot. Hey, cool, das war gut. Der hat sich überlegt, ob er sterben möchte. Jetzt stirbst du leider. Doch nicht. Achtung, Klapp-Trap, der beißt dir die in die... Kopf. Hirnhaut. Schädel. Basis. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Digger, verpasst dich! Es ist Basis, Bro! Was ist los? Oh! Weißt du, wie du kleine Gorillas rumkriegst? ZIMPANANE! Was ist los? Zimpanane? Ja? Du schenkst aus dem Hauch... äh, äh, Hals nach Kochsalz. Was für eine Mutter. Oh! Ich bin ja mal gespannt, wenn echt mal... ...die Spiele kommen, äh, die Level kommen... ...die wirklich schwer sind. Wobei das... Wir sind... Ich glaub, wir sind in der vorletzten Welt, glaub ich. Ja. Und dann müssen wir nur noch ein paar Bonuslevel einsammeln gehen, die... ...das ist ja wohl die simpelste Scheiße der Welt. So, hab ich von dir gelernt, guck mal hier. Jetzt springt er nämlich erst runter. So. Oh Gott! Hier, und der hat dir in den Kopf gebissen. Ich weiß noch. Da, Mann. Ding, 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 ding! Oh, zwei Klapptrapp. Bam! Okay, das heiße Level... Uh! Nein! Nicht schon wieder der Affenmensch! Ha, weißt du, jetzt dreht er sich. Nicht um. Ja, ja, komm. Oh, genau. Und so ein komischer Typ da oben. Geschafft! Vogel, ja. Ja, jetzt. Boah. Aber wir haben ein Bonuslevel übersehen. Ja, fast. Das heißt, wir müssen das Scheiß nochmal machen. Genau. Fahrstuhl-Spiele. 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 Hier, übernimm mal. Oh nein! Klar. Ich kenn das Level noch nicht. Du hast da oben ne Liane vergessen. Okay. Scheiß egal. Was? Ich schwöre mal nach links. Ja, nach rechts. Ja. Egal. Nein, das ist ein Bonuslevel. Ja. Genau. Achso. Achso. Ja, und jetzt hol irgendwas. Genau. Mal sehen, ob du es hinkriegst. Ja. Ja, fast. Hä? Komm hier durchdreher. Ja, du wolltest mal zeigen. Komm hier durchdreher. Ja. Der macht seine kleine rote Mütze kaputt. Na egal. Okay. Aber ich wusste ja, worauf ich mich einlasse, wenn ich's darüber nimm mal. Von daher. Ich bin gar nicht enttäuscht. Ich werd nicht. Oh Gott. Ich hoffe nur, ich däm mich bei Mario. Wenn wir das wirklich zusammen spielen, seid nicht so dämlich an. Weil sonst kannst du mir das alles heimzahlen. Oh ja. Okay. Klar. Natürlich kommen Schlangen einfach mal aus ner Kiste raus. Ich geh nachher in irgendeine Ölfabrik, such mir ne Kiste. Oder so n Fass. Ey, das ist Dirk. Dirk? Ja? Dirk Bach. Nein, die Schlange Dirk. Von Mozart. Die Schlange. Wer ist Mozart? Das ist Musiker. Nein. Bei die Ogyn, man. Mozart. Was? Oh yeah. Oh fuck. Digga, übernehmen sie. Das ist aber der Dünne. Digga, übernehmen sie. Oh mein Gott, ey. Wegen diesem abgefuckten Let's Play hier. Gibt's diese Challenge überhaupt? Ich wollte einen Plan. Cooler Plan. Kannst du mir den demnächst mal genauer erklären? Digga, übernehmen sie. Komm da weiter weiter. Was sag jetzt hier. Mozart. Ey, wo ist denn das DK-Fass eigentlich? Hier. Mozart. Hoch. Abspringen. Necki schieß. Da. Auf den drauf. DK-Fass mitholen. Springen. Schlange. Noch ne Schlange. In die halt falsche Richtung. Tod. Genau. Tod. Ja so Donkey Kong. Ja so Donkey Kong. Pfff. Die ist schon klar. Wir hatten vorhin alle 22 Leben oder so. Wir haben jetzt nur noch 11. Ja. Äh. Das wird wieder verlassen, oder was los? Tod. Krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo. Michael. Mastamatter fällt es mir einfach schwer zu glauben, dass du gerade spielst. Aber es gibt ja Momente, wo ich denke, das kannst nur du sein. The-Nir-Sие Ich sterze. Ja, das sind dann die Momente, wo ich denke, ja, Nico ist wieder am... ... äh, Drücker... ... im Haar... ... äh... ... tot! Ne, doch nicht. Jetzt! Ich hasse dieses Let's Play. Ich hasse Donkey Kong. Aber da ich jetzt eins und drei bereits gezockt habe, muss ich es zwar auch noch irgendwann machen. Ich glaube, du kannst da runter gehen. Warte, dann lass es. Willst du riskieren? Okay, ich... Fuck you! Ich riskier's. Idi! Was? Du hättest nur das verfägte Fass auf den Boden werden müssen. Hämme gefolgen! Bin ich zusammengeschlagen! Mit kleinen Uglu. Leute, Leute! Auf wie viele Minuten sind wir hier schon? Vier? Vier? Zehn? Okay, dann gucken wir gleich. Ja, wir können das... Ich bin mir aber gespannt, was zuerst zu Ende ist. Unser Leben oder die Zeit fürs Aufnehmen? Ah, das war gut! Das war aber kein Witz, das war ernst gemeint. Okay, ich meine jetzt das Level. Pass auf. Ja, pass auf. Lass uns jetzt wieder in den Speedrun, wie er im Bilderbuch steht. Da drauf. Was? Ich wusste, dass diese Schlange kommt. Ich wusste das. Und ich wollte extra weiter nach links gehen, um wieder auf sie drauf zu springen. Okay, du musst den Speedrun fortführen. Bruder, wir haben die Schle straws gemacht. Wann kann man doch nicht audievenza-schle sue farfen? Und ich habe ich così Kansas für die بن heraus. Ja, weil das weh tut! Gut. Ach deja, legen wir mal die Finger da drauf! Als Seite 병 maps back los. Da holen, den da mitnehmen Schlange, Mozart, Biene, springen Schlange, die kommt Ja, ja, genau, hier, ja, ja, genau So, da, da dran, pass auf So, da ist noch ein Decafas, braucht man nicht Ja, wir brauchen das Decafas übrigens Nicht Doch Dieses Geräusch, das war zu herrlich gerade Kann es sein, dass wir noch nicht mal die Hälfte dieses Levels geschafft haben Fick mich Machst du das gerade mit Absicht, oder was? Nein Dieses Spiel fackt mich ab Nein, du hast scheiß hier Angst Ich muss hier nachher erstmal stopp machen mit aufnehmen, ey Boah, ich krieg nen dicken Hals Da können wir vor der nächsten Auf... Ja, genau, du springst einfach nochmal sieben Meter höher Da können wir vor der nächsten Aufnahme irgendwie Leben sammeln gehen In der ersten Welt, du kannst das natürlich, genau Du kannst das, ich nicht Ich sterbe daran, du springst auf die Schlange drauf Boah, ey Mann, ey Ey, Mann, Mann, ey, Alter Pfff, klar Na, achso, ich wollte schon Fuck, ihr seid so schön, dein Körper Pass auf, ich geh drauf, pass auf Achtung Jetzt Warte, gleich geh ich drauf, Moment Ja, ich hab Leben besorgt, guck mal Hast du das gesehen? Nee, oder? Das war doch wohl, ich gerade Die Hälfte, oder? Ah, ja Okay Okay Jetzt komm, red mal wieder Ja, hast du beide Leute noch Mein Oh, Mann Ich hab nie wieder Donkey Kong gespielt, nie wieder Nicht ein einziges Spiel, wo so ein verdammter Achtung kommt Sollen wir Donkey Kong 2 zusammen, let's playen? Ja, guck mal, man Fuck, Mann Fuck, Mann Ich will ja auch in dieser Aufnahme dieses Level wenigstens beenden Guck mal, der hat Der hat Hände wie Paddel, ne Kann sich aber nicht an einem Abgrund festhalten Wo ne Klippe ist Okay, Leute, bis zum nächsten Mal Tschüss Okay, Leute, bis zum nächsten Mal